Hallo, ich bin Tim und ich erkläre euch, wie man das addiert. Also, als erstes zeichne ich mir eine Tabelle. Ich schreibe H für Hunderter, Z für Zehner und E für Einer. Ähm, dann schreibe ich mir diese Aufgabe auf 436 plus 227. Dann zieht mein Assistent ein Strich. Ähm, man lässt eins frei, falls es einen Übertrag gibt. Ähm, also ich rechne 7 plus 6 ist 13. Man rechnet nämlich immer von unten. Da schreibe ich 3 hin, merke 1. Und den Übertrag, also 1, schreibe ich hier ein bisschen klein hin. Ähm, dann rechne ich 1 plus 2 sind 3 und 3 plus 3 sind 6. Und dann schreibe ich 6 hin. Und da gibt es keinen Übertrag, da kann ich gleich rechnen. 2 plus 4 sind 6. Ähm, dann unterstreiche ich das Ergebnis doppelt. Und das Ergebnis ist 663. Ende. 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 Ende.